Puh, ist der Fußball auch manchmal zu lahm? Du bist mindestens 18 Jahre alt und suchst den echten Nervenkitzel? Dann gewinne jetzt einfach dein Erlebnis der besonderen Art. Während das professionelle Motorsport-Team Fista Racing um den zweifachen Tourenwagen-Vize-Europameister Andreas Fista, ich bin Teammanager vom Fista Racing Team sowie die Besonderheiten des Chevrolet Cruze Eurocup-Rettwagens kennen. Sei am 4. Juli dabei mit einer Begleitperson beim offiziellen Chevrolet Cruze Eurocup-Festtag auf dem Spreewaldring süchtig von Berlin. Als besonderes Highlight fährst du mit mir, dem amtierenden Chevrolet Cruze Eurocup-Mainster, fünf Stelle rund um den Renntaxi über den Spreewaldring. Ein professioneller Fotograf macht hochwertige Erinnerungsfotos von deinem persönlichen Erlebnis, was du so schnell nicht vergessen wirst. Zudem wird die Renntaxifahrt mit einer Kamera festgehalten und damit du entspannt anreisen kannst, gibt es noch eine Übernachtung für dich und deine Begleitperson obendrauf. Was musst du tun, um all das zu gewinnen? Ganz einfach. Like Dennis Brücker Monatsport, like den Gewinnspielpost, schreib mir bis zum 28. Juni 22 Uhr in die Kommentare oder erkläre in einem kurzen Video, warum ausgerechnet du dieses einmalige Erlebnis gewinnen willst und teile den Gewinnspielpost auf deiner Facebook-Seite. Am 29. Juni um 20 Uhr wird auf Facebook unter allen Teilnehmern der Gewinner ausgelost. Also worauf wartest du noch?